Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 136 von Avorion. Ja, der Thomas Steele hatte geschrieben, hier eben, na eben nicht, sondern in letzter Folge, das ist ja schon ein bisschen her, wo ich das aufgenommen habe, nämlich ein paar Tage. Und da hat er geschrieben noch, dass die Sachen, die hier gefunden werden konnten, für die Piraten, die hier anwesend waren, natürlich eine gute Beute waren. Für mich, der jetzt schon so eine ganze Ecke weiter ist, der hat da nicht so viel rausgezogen, ist klar. Gar kein Problem. Er meinte nur, glaube noch, dass ich vielleicht mal schauen sollte, dass ich einen Xanion-Abwracker bekomme, dadurch dann auch schneller abwracken kann und auch bessere Sachen vielleicht dadurch rausbekomme. Ja, und er hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir nach Botan kamen und ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir Botan finden, ne? Würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir mal, wo er ist. Bis gleich. So, dann müssen wir mal gucken. Thomas hat mir auch geschrieben, dass ich nach Schmugglern suchen muss auf der Karte und Schmuck oder Schmuggler würde man da oben SCM, SCHM eingeben. Dann kriegt man auch Schmugglerneste vielleicht angezeigt, zum Beispiel hier. Das würde bedeuten, wir geben da mal die Koordinaten ein und dann fliegen wir da mal hin und gucken, was da so passieren könnte, ne? Wo ist denn das jetzt? Nach da unten? So, dann legen wir da mal los, fliegen mal die Richtung. Lade Hyperraumantrieb und dann gucken wir uns das Nest da mal an, ne? Was denn da? Mission fehlgeschlagen. Naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt ins Nest. Und das wird jetzt dann vielleicht auch ganz spannend sein, oder? Dringende Lieferung ist fehlgeschlagen. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Schmugglerversteck. Gucken wir da mal rein. Guten Tag, Sie sprechen gerade mit dem automatischen Antwortsystem von Schmugglerversteck. Mum, nehmen wir mal akkurat. Bitte geben Sie die Natur Ihrer Anfeuer an. Okay, Container aufbrechen lassen. Sehr interessant, will ich aber gar nichts erstmal. Ich würde da gerne lieber jemanden mal sprechen. Ein Schmuggler. Vielleicht kriege ich da noch was raus. Ah, ich glaube, das muss ich machen. Und gewinnen wir da noch bis eine Million. Kommt drauf an, wie schnell du bist und ob du es schaffst. Heißt das, du hast Interesse? Gut, dann musst du nur diese Fracht nehmen und an den Ort, den ich gerade geschickt habe, bringen. Den ich dir gerade geschickt habe, bringen. Sollte Kinder leicht sein. Einfache Lieferung. Neue Mission, einfache Lieferung. So, 59 Minuten habe ich noch Zeit. Karte. Ist es da? Ne. Ist es da? Schiff von DKI, okay. Ne. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das finde. Ne, nichts. Diplomatie Mission. Einfache Lieferung, so hieß das. Auf Karte zeigen. Okay, da ist das. Und wo bin ich? Bin ich da? Ach, Botan ist jetzt auch hier im Sektor. Das war ja jetzt nicht so klug vielleicht, oder? Botan ist hier im Sektor. Ja, super. Ich dachte, ich müsste noch eine Aufgabe machen. Okay, dann würde ich sagen, ist jetzt das etwas schwieriger. N war das. Schiff, Schmuggler. Ich dachte, Botan wäre jetzt gerade hier, da, oder? Was habe ich denn jetzt auf der Karte? Habe ich das doch gerade gesehen, oder? Ach, Schiff von Botans Schmuggler. Okay, das ist noch was anderes. Ist jetzt nicht Botan, ne? Kreuzer. Hüterschiff. Das ist die Schiffswerft. Ich glaube, den habe ich aber gerade angesprochen. Das war der, ne? Genau, dann ist ja gut. Ich glaube, das war schon richtig. Karte. Und wir müssen in diese Richtung springen. Und das ist dann da lang. Dann schauen wir mal, dass wir da hinkommen, oder? Sprung wurde berechnet, passt also. Dann sind wir schon mal weggeflitzt. Und, äh... Ist das das Ziel? Ja. Dann müssen wir noch mal springen. Muss dann noch berechnet werden, natürlich. Ist berechnet. Wir müssen aber noch abkühlen. Geht aber schnell. Und jetzt baut er auf. Und sprung. So, nächster Sprung ist dann schon, glaube ich, ins System, oder? Hier gibt es sogar tatsächlich vier Schiffwerft. Und jetzt ist das die Koordinate, wo wir dann als letztes hin müssen. Allerdings... Allerdings... ...möchte ich jetzt gerade noch mal in meinen Dingens gucken. Äh... Habe ich das denn eingebaut? Habe ich das denn eingebaut? Das Teil, was Booth dann aufhält? Ah, da ist die Fiberon-Möbelage. Ist eingebaut. Kann also nix schief gehen. So, ausgewählt haben wir das schon. Ausrichtung ist da. Fliegen tun wir da hin. So, noch ein bisschen abkühlen. Was ist das für ein Zeichen hier oben? Das will ich mir gerade noch angucken. Ah, das ist verdächtige Fracht. Okay, egal. Und... Dann gehen wir in den Sektor, wo die Lieferung abgegeben werden muss. Und da ist Booth dann. Warte mal. Du schon wieder? Zur Hölle mit dem Deal. Ich hau ab. Okay, dann wissen wir Bescheid. Ich dachte, ich spreche erst mit ihm. Und dann geht's weiter. Aber dem war wohl gerade falsch. Einfache Lieferung, fehlgeschragen. Okay, konnte keiner ahnen, ne? Das Boot dann so misstrauisch ist. Aber ja, dann haben wir das halt nicht geschafft. Wir müssen wieder zum Schmuggler. Versteck. Irgendwo war auch noch das Dingens, ne? Ach, da war das. Das Schiff von DKI. Das Experiment. Gut, dann müssen wir die Mission wiederholen. Aber das kriegen wir auch noch hin, ne? Schauen wir mal. Doof gelaufen. So. 103. Na ja, wenn wir hier ein bisschen schneller machen, dann sind die 103 auch schneller weg. Ich hab jetzt noch die komische Fracht drauf, oder was? Okay. Ich muss hier nur aufpassen, dass mich damit keiner erwischt, oder wie? Okay. Abkühlen. Rote berechnet. Aber Thomas hatte geschrieben, dass man diese Mission alle halbe Stunde wieder machen kann. Ich will hoffen, dass ich sie da, sie gescheitert ist, jetzt schneller wieder machen kann. Sonst müssen wir wieder warten. Das ist auch nicht so dolle, ne? Wir werden es jetzt gleich sehen, wenn wir in dem Sektor sind, wo der Schmuggler von Botan ist. Schauen wir mal, ne? Piraten greifen den Sektor an. Naja, das soll jetzt nicht so schlimm sein. Ne, N brauche ich. Ja, der ist jetzt nicht da, ne? Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Dann wissen wir Bescheid. Das heißt, wir können das jetzt leider nicht machen. Und der Fracht, güterverdächtig. Ja, ich weiß nicht, ich glaube... Wir können ja mal gucken, dass wir das hier vielleicht verkaufen können. Aber doch... Äh... Eine Station, oder? Also eine Werft. Lass uns noch mal reingucken gerade. Schmugglerversteck. Vielleicht ist es auch da. Können wir da was verkaufen? Ich glaube, wir müssen erst mal dahin fliegen, dann geht es vielleicht weiter, ne? Fliegen wir zum Schmugglerversteck. Okay. Gibt es da was zum Andocken? Das ist die Frage. Ja, da gibt es den Docking-Port. Wir sind aber schon gedockt. Container aufbrechen lassen, keine verschlossenen Kinder angedockt. Da weiß ich nicht, wie es funktioniert. Und so gestohlene Klamotten habe ich ja nicht. Okay, da dürfen wir noch keine Geschäfte mitmachen, weil wir ja auch, ne? Ja, was machen wir dann? Dann bringt mir das jetzt gerade nichts hier, oder? Oder kann ich die Güter handeln? Von Station kaufen, an Station verkaufen. Zink, Stahl, Solar. Das ist gar nicht hier im Angebot, weil wir es gar nicht kaufen wollen. Das bedeutet, wir müssen dieses Ding wohl verdächtig dann rauskicken, oder? Bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, was wir damit machen, ne? Aber ich würde jetzt mal sagen, wir machen erst hier einen Cut und sprechen mal mit dem Thomas Stehler darüber, ob ich das einfach rauskicke, wegen verdächtig und nicht so gesund für mich, oder aber ob ich es behalten kann, wofür, weiß ich auch nicht. Das weiß aber vielleicht der Thomas dann. Okay, dann würde ich erst mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir jetzt die nächste Videolade gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanäle teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.